Deutschlands schönster Volleyballtempel strahlte zu Ehren des alten und neuen deutschen Meisters. Die Berlin Recycling Volleyes präsentierten sich und die Schale. Zwei Tage nach dem Triumph in Friedrichshafen ihren Fans im VIP-Raum der Max-Schmeling-Halle. Es war der Saisonabschluss und gleichbedeutend mit dem Endspurt des Berliner Feiermarathons. Die Super-Tage waren nur mit Spielen und jetzt ist es Wahnsinn, wir können hier mit Fans sein und in unserer Heimhalle, in der Max-Schmeling-Halle. Es ist einfach nur der Wahnsinn, dass so viele Leute sind hierhergekommen und ich genieße nur diesen Moment. So ist es mittlerweile ein Ritual, dass wir uns hier treffen nach der Saison, mit den Fans feiern und einen Abschluss finden. Von daher habe ich mich darauf gefreut und dafür reicht die Energie immer, weil man einfach die ganzen Gesichter hier sieht, wie sie einen anstrahlen, alle wollen ein Autogramm haben. Es gibt dann nochmal einen schönen Abschluss, weil man einfach sieht, wie alle sich miteinander freuen. Für BR-Volleis Urgestein Felix Fischer war es natürlich nicht nur der Abschluss einer Saison. Es war sein letzter Auftritt als Volleyball-Profi. Nach 13 Jahren hängt Fischer das Stirnband an den Nagel. Entsprechend emotional wurde die Club-Ikone verabschiedet. Es war traurig, schon ein bisschen Wemo, besonders wenn man dann noch so Kave reden hört und man sagt, oh Mann ey, jetzt lasst mich doch einfach in Ruhe jetzt. Und trotzdem ist es einfach wunderschön und ich werde es genießen und freue mich einfach drauf jetzt auf die letzten paar Stunden. Felix war immer ein super Botschafter unseres Projektes. Er wird uns auf allen Ebenen und überall fehlen. Seine Art, seine Form, auf andere Menschen, auf die Fans zuzugehen. Das wird uns alles fehlen. So jemanden kann man auch nicht ersetzen. Aber was soll's, wir müssen damit leben, weil das ist genau der richtige Schritt für ihn zum richtigen Zeitpunkt. Das größte Abschiedsgeschenk hatte sich der 34-Jährige nur 48 Stunden zuvor am Bodensee selbst gemacht. Nach fünf Niederlagen in Serie in dieser Saison gegen Friedrichshafen entschieden die BR-Wollis ausgerechnet die beiden entscheidenden letzten Duelle für sich. Ein besseres Buch hätte man auch nicht schreiben können, das bessere Ende. Von daher bin ich einfach nur glücklich, bin einfach stolz auf meine Mannschaft, dass wir so zurückgekommen sind, dass wir auch mal diese Qualitäten aus der Champions-League auch mal gegen Friedrichshafen gezeigt haben. Und bin einfach stolz, ein Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und mich mit dem Tirol verabschieden können. Ich habe ja immer gesagt, der Gewinn der Deutschen Meisterschaft ist für uns der wichtigste Titel. Und das haben wir geschafft. Und dadurch kriegt auch die Teilnahme an dem Final Four eine ganz andere Wertigkeit. Wenn wir keinen Titel gewonnen hätten, wäre das sicherlich für alle Unbefriedigen gewesen. Und das ist vielleicht größer als jede andere Saison. Und dann auch nach dem ersten Spiel. Alle Friedrichshafen-Fans, die waren alle so cocky. Sie haben die fünf Finger gesagt und sie haben fünf Magen hintereinander gewonnen. Und es war für uns unglaublich toll, dass wir einen Tag gewinnen können. Für alle Friedrichshafen-Fans, für unsere 100, glaube ich, Fans. Und ja, es ist ein echt unglaubliches, tolles Ende der Saison. Schon traditionell wurde aber nicht nur die gerade abgelaufene Saison gefeiert. Manager Kavini-Roman gewährte schon traditionell auch schon einen Einblick in die Personalplanung für die kommende Spielzeit. Neben den festen Größen wie Robert Krom, Paul Carroll und Sebastian Kühner werden auch die beiden Kanadier Graham Weigrass und Steven Marshall sowie Luke Perry und Alexander Okolic in Berlin bleiben. Alle vier befanden sich am Dienstagabend bereits auf dem Weg zu ihren Nationalmannschaften. Nachwuchshoffnung Igor Bogacev wird fester Bestandteil des Meisters. Mit Top-Talent Ruben Schott und Zuspieler Zimafay Csukuski befindet man sich noch in Gesprächen mit offenem Ausgang. Diagonalangreifer Wouter Termat wird die BR-Volleis aller Voraussicht nach verlassen. Das Gerüst der Mannschaft bleibt damit in großen Teilen bestehen. Für Niro Mand ein ganz entscheidender Fakt. Wir setzen auf die Karte Kontinuität. Deswegen haben wir uns auch bemüht, die Mehrheit der Spieler aus dieser jetzigen Saison, die auch schon teilweise und seit Jahren schon bei uns sind, auch weiterhin für uns zu verpflichten. Die Kontinuität und das Zusammenwachsen dieser Torsettstangen, wie ich sie immer bezeichne, wird unser größter Vorteil sein. Neu besetzt wird zur nächsten Saison in jedem Fall die Trainerposition. Roberto Sengotti verlässt den Klub nach vier Titeln in zwei Jahren. Das Ende einer äußerst erfolgreichen und dennoch nicht immer unkomplizierten Zusammenarbeit. Er konnte kein Deutsch sprechen, er konnte fast kein Englisch sprechen. Und für uns war es wichtig, dass wir zusammengeblieben sind als Mannschaft, als Spieler. Und am Ende ist es egal, wer Trainer ist. Er mag gutes Scouting und wir müssen dieses Scouting nutzen. Roberto Sengotti ist ein überragender Trainer. Der wird auch sicherlich eine andere Spitzenposition in Europa finden. Aber es muss ja alles zusammen passen. Manchmal hat man auf allen Seiten gute Leute, aber das hakt vielleicht hier und da. Und insofern ist das auch richtig, dass wir das machen, sowohl für ihn als auch für uns. Die Suche nach einem neuen, passenden Trainer wird für Niro Mand die wohl größte Aufgabe der Sommerpause. Und der erste wichtige Schritt, damit die Meisterschale in genau einem Jahr erneut in Berlin landet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020